Hallo zusammen, in der letzten Zeit habe ich öfter gesagt bekommen, dass meine Filme zu lange wären und man währenddem die Lust am Anschauen verliert. Daher werde ich jetzt meine Videos wieder kürzer halten, aber versuchen, ein, zwei Videos in der Woche mehr zu veröffentlichen. Das wird mir vielleicht nicht jede Woche möglich sein, da es auch mit sehr viel Arbeit und auch mit sehr viel Zeitaufwand verbunden ist. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Eure Meinung dazu dürft ihr mir auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit dem Video. Hallo, am Mittwochmorgen, es ist 7 Uhr gleich, wieder auf dem Weg nach Landstuhl zur Liebherrn. Gut, dann lade ich jetzt einen L514, ein Radladerchen, und den bringe ich dann raus nach Rheinhausen bei Speyer in den Kieswerk. Ah, dann habe ich wieder versaubeutelt. Jetzt bin ich durch die ganze Ortschaft gefahren und habe nicht mitbekommen, dass die Kamera nicht läuft. Ich bin so helle. Ich bin jetzt auf alle Fälle da, gehe ich mal rein, gehe mich mal anmelden und dann lade mich irgendwo ab. Aufblick. Ich bin jetzt auf alle Fälle. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 und lade jetzt dort diese Mulde so, ob ich hier hin herumfahren kann deshalb drehe ich lieber hier deshalb drehe ich hier und dann fahre ich hier vorne wieder raus schlimm mit dieser Funke echt mit dieser Funke hier echt so auch so ich schiebte nach der Waage vorbei, okay so so und fahre ich einmal drum herum ums Karree schön die da vorne aufgeräumt hier, jetzt kann man richtig, richtig toll durchfahren meine, fühlt euch auf die Schulter geklopft ihr könnt ja auch da rein fahren, die Mulde steht da vorne auf dem Schotterplatz die könnt ja auch eigentlich da rein fahren, ne? stehe ich hier nicht im Weg, der Baggerarm hier, da lässt die nach und stehe ich hier nicht im Weg, ne? ich muss aber jetzt mal rausziehen, das mache ich hier auf dem Feste ich hoffe, man kann sowas erkennen ich hoffe, man kann sowas erkennen ich hoffe, 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 ich hoffe Ich muss gerade mal gucken, was für eine da ist. Wenn der Kipphebel ist, das Ding steht bestimmt voll mit Wasser. Wasser kann man da in den Spiegel erkennen. So, Bremse offen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Musik Gucken, ob ich hier durchkomme, wo der Arm so tief hängt, glaube ich ja fast nicht. Ich glaube, es ist ja fast nett. Nee, ich wage es auch gar nicht. Hoffentlich bringt er an. Ansonsten treffe ich voll ins Ecke schießen. Augenblick. Was denn jetzt? Jetzt sieht die Tür nicht mehr aufgehört aus. Alter, ist doch nicht an Angst. Eigentlich bin ich mit der Wunde. Okay, er springt nicht an. Er springt nicht an. Gucken, ob es geht. Ich würde nicht reisen. Vielen Dank. Aber... Passt. Das ist jetzt wieder gut. Ich hatte nur Angst, dass ich irgendwo auf dem Arm hängen bleibe. Ja, ich glaube. Danke. Danke. Jo. So. 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 Ich komme Untertitelung. BR 2018 Ich mach keine Mucke hier. So, ein bisschen Dusel gehabt hier. Eben. Halt. Ich muss noch was machen im Moment. So. Hier ist es. Die Mulde geht wieder dahin, wo ich mit meinem Kollegen gestern war. In Bündelbach. Ich den 946 hingefahren habe und den Thomas den die andere Munde. Ja. Das ist ok. Ich muss hier vor dem Berg stehen bleiben. So, müsste das mal passen. Ja. Hoi, 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 hoi. Noch eine Haarschabe. Rausgehauen hier. So. So. Jetzt leer. Heute Abend fahre ich noch mal rüber nach Wolfstein. Da steht ja noch unser 926 Longreach. Den lade ich heute Abend noch. Der geht mit nach Hause. Aber das zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss es übrigens wieder von hinten machen heute Abend, weil ich vergessen habe, die Kamera vorzuholen. Könnte auch einfach stehen bleiben. Egal. Ist jetzt halt so. Noch mal vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für eure Geduld mit mir. Ich hoffe es hat euch wieder etwas Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Dann wahrscheinlich beim Abladen von dem Longreach, weil in diesem Berg, die meinte ich ja nicht filmen. Bis dann. Bleib gesund. Bleib sauber. Hab Spaß. Und haut rein. Bis dann. Tschö.